Die Reaktion auf das Tor von Mario war folgende, ich war in München, ich saß mit Freunden da und wir guckten und dann kam dieses Tor und ich sprang auf und das erste was ich gemacht habe, Leute, ich hab seine Nummer, ich hab seine Nummer an diesem Telefon, wenn ihr sie haben wollt, es geht bei 5000 Euro los. Und das hat sich echt hochgetarkelt, das war super. Mario, an dieser Stelle hoffe ich, dass du den Anruf von der Person, die die Nummer erhalten hat, noch nicht bekommen hast, weil es wird eine Überraschung. Überraschung, meine ich war. Super Typ, also wirklich. Und der Anruf kam der schon, den er verhökert hat? Noch nicht. Ich bin gespannt, vielleicht kommt der noch. Du hast ja auch seine Nummer, könntest ja zurückschlagen. Genau, also, wer die Nummer haben möchte.